Moin! Moin! Guck mal, da kann ich wieder arbeiten dran. Sehr schön. Ah, muss doch ordentlich sein. Weiter geht's. Alles muss man alleine machen hier. Oh! Zwergenspinne. Aber... Mächtiger Seelenstein. Und eine... Alles Meister. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das ist so heftig. Ich glaub, da gibt's einen Schlüssel. Ich schaff das nicht. Ich brauch einen Schlüssel. Okay. Gucken wir erstmal. Wir können ja immer noch... ...schauen. Oh mein Gott. ... ... ... Hä? Da geht's schon wieder raus. Woher seid ihr gekommen? Macht ihr schon? Nee, da war ich schon. Das geht nach oben raus. Really? Ich muss das... ...wirklich so öffnen? Ich hab das Gefühl, wir haben irgendwas... ...vergessen. ... 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 jedes Mitmeister machen muss. Dann gehen wir mal weiter, ansonsten laufen wir vorne noch mal rein. Also ich alleine. Und dann mache ich das alles alleine und dann laufe ich alles alleine rum. Was soll's. Vielleicht finden wir den Schlüssel ja auch oben, ne? Wer weiß. Tschüss. Bitte halten Sie die Tür auf. Nö. Ach, da habe ich zu spät auf den Knopf gekommen. Nee, zu früh. Okay, hat sich erledigt. Wir sind noch nicht oben. Kommt außen lang. Kommt außen lang. Yay. Ihr habt's geschafft. Ich bin stolz. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Vielleicht kriegen wir doch noch einen Schlüssel dann. Oh, wie süß sie sind. Oh mein Gott. Achtung, hinter dir. Ein Schleicher. Die mich irgendwie scheinbar gar nicht sehen. Da kommt noch einer. Der hat uns aber noch nicht gesehen. Ich weiß, dass ihr hier irgendwo seid. Hinterrücks erschossen. Wer ist da? Weiß ich nicht. Sehe ich doch nicht, was ich gehört habe. Was denn? Ein Hetzer. Hä? Was passiert da oben? Zwei Fallmer kämpfen gegeneinander. Sehr gut. Na ja, er ist ziemlich stark. Und dumm irgendwie. Und langsam. Und dumm. Und fliegt ziemlich weit. Ist wohl an der Bananenschale ausgerutscht, der da oben war. Nee. So. Was haben wir da? Was ist das? Oh. Wir haben ja den Nord. Und die Fallmer sind mir ziemlich egal. Aber er hat Glühstaub. Und Erz. Und der Rest ist mir ziemlich egal. Was haben wir hier so? Leder. Haben sie das Leder? Menschenfleisch. Mmh. Haben sie das? Ach, wie das so theatralisch. Oh ne, er horcht. Hört ihr das auch? Wieso hat da Geld bei sich? Warum haben Fallmer Geld? Das ist unlogisch. Vielleicht weil es schön leuchtet oder so. Das könnte natürlich sein. Steinbank. Und ein Loch, dachte ich. Aber es ist kein Loch. Es ist Wasser. Was scheinbar immer wieder gereinigt wird. Und Eier. Und. Er wollte zurücklaufen in sein. Zu seiner Truhe. Und noch irgendwas retten. Aber ich hab ihn davon. Ach, da war eh nur Scheiße drin. Hättest du ruhig farben können. Hallo. Knopf, Knopf. Ne. Okay. Lass uns nach oben gehen. Oh. What? Das wird ihm eine Leere sein. Okay, wir haben wieder eine Truhe. Aber diesmal werden wir die... Und wir haben Gold. Sophia. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Und eine schwere Rüstung mit Bögen verbessern. Das hole ich mir jetzt sogar. Weil irgendwann will ich die schwere Rüstung ja auch mal anziehen. Der Hetzer. Na, wie gut war der? Ich kann jetzt beide Ohren abreißen. Bei anderen kann ich immer nur ein Ohr abreißen. Hm. Beide Ohren abgerissen. Langsam werden wir hier richtig gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das plötzlich kommt. Muss ich zugeben. Gut, dass ich nicht zurückgelaufen bin. Was ist das? Keine Ahnung. Finde ich besser als das Zelt, das draußen von den Banditen aufgelegt wurde. Banditen, ey. Die sind auch ganz schön dumm. Hallo. Tschüss. Ja, ich fliege so hoch, weil ich mich so erschrecke beim Sterben. Haben wir noch einen? Apropos. Da sind noch welche. Soll ich da rüberspringen? Das ist jetzt hier kein... Das ist nicht so ein Spiel, Gate. Es ist nicht so ein Spiel. Ich hab mich verlaufen und weiß nicht wohin. Da. Ich hab die Orientierung verloren, denn ich bin Drachen King. 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 Oh. Oh, cool. Ein Laden. Na, was wollen Sie kaufen? Na. Oh, ein Schalter. Bang. Ha. Ohne, dass es irgendwas... War nicht laut. War sehr leise. Ähm. Sehr leise. Äh, 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 Brücke. Aber die sind halt gut darin. Ja, kommt raus. Ich weiß, dass ihr irgendwo seid. Oder auch nicht. Ach. Woher seid ihr jetzt heute? Ah. Ich wusste, dass ihr da seid und es nervt. Pekau. Das mochtest du bestimmt, oder? Das fandest du bestimmt toll. Dass du so magisch aufgeladen wurdest. Ist das was? Nein. Pekau. Könnt ihr eigentlich hier hoch? Ist das der richtige Weg? Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Wenn ihr nämlich nicht mehr hinterherkommt, ist das nicht der richtige Weg. So kann man das wissen. Denn es gibt nur einen richtigen Weg. Den, den jeder geht. The more you know. Soziale Hilfen und Geld. Uh. So viel Dampf. Fuck. Ich habe irgendwas gemacht. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ach komm. Jetzt tötet doch diesen dummen Wächter. Mein Gott. So schwer ist es doch nicht. Hast du deine Nahkampfwaffe nicht mehr? Doch, hoffentlich. Kacho, Kacho. Da oben ist irgendwas. Ach, da konnte ich einfach schießen. Warum auch immer. Ich glaube, es hat auch geschossen. Das war's. Ja, ja, ja. Die kommen immer aus den gleichen Sachen. Komm, du mein Meister. Au. Der Meister hat mir weh getan. Es ist so hell. Wie ein Neujahr. So schön. Hast du ihn getreten? Wie geil ist das denn? Kacho hat den getreten. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Wow. Spiel, dass einen noch so später überrascht ist, geil. Also meine Fresse. Hallo, ich bin da. Hi. Hi. Verzierter Balken. Ach, ist mir alles zu schwer. Ja, dann hauen wir uns halt kein so ein Thema. Oh. Hier gibt es vier Schalter. Jetzt müssen wir raus. Ich speichere erst mal, weil ich will das nicht normal machen. Und. Gut. Okay. Entweder müssen wir in die richtigen Reihenfolge oder es ist nur einer. Wie finden wir das raus? Dritter. Das war richtig. Sollen wir die anderen auch mal ausprobieren? Ach, scheiß drauf. Kommt. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Oh nein, ich habe sie aufgespießt. Und nicht so wie jetzt einige Rule 34 Leute das meinen. Ich habe Serana aufgespießt. Hätte ich niemals gedacht. Ossa Mia. Oh, okay. Das ging nicht. Oh nein, ein Hetzer. Wer ist da? Keiner. Da ist keiner. Da ist einer. Der mich doof anguckt. Die springen alle so schön. Hehehe. Oh mein Gott, ein Schattenmeister. Tötet ihn, tötet ihn. Der stand da einfach so. Oh, sehr gut. Haben wir noch irgendwas? Nein. Der Schattenmeister ist tot. Oh, und ich kann, wenn ich was nehme. Er hat einen Silberbarsch. Einen Silberarsch. Oh nein, das ist lauter Geräusch wieder. Weiß ich nicht. Kannst du ihn töten dadurch? Dass ich etwas gehört habe. Ja, kommt. Ich schließe auf. Sie möchte ihn töten, also darf sie ihn töten. Wow, 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 wow. Beide auf mich. Ich habe euch befreit. Blöden Säcke. Ich habe euch befreit. Befreit habe ich dich. Dankeschön. Ah, Schittin. Ja. Oh, Fühler. Ich weiß nicht, ob ich das schon hatte. Ich glaube schon. So. Na, was konnte ich denn hier nehmen? Ein paar Barren. Und mich kann mich hinsetzen. Haben die die wirklich hier nur reingetan, damit sie sich paaren? Und ganz viele Eier legen? Das ist auch irgendwie ein bisschen eklig. Steiger und Magiker um 40. Auch gut für später. Weil ich möchte ein Magier werden mit schwerer Magie. Das ist doch lustig. Also, äh. Ah, was? Ich möchte ein Magier werden mit schwerer Rüstung. Das ist doch bestimmt lustig, oder? Wenn viele sagen, das geht gar nicht. Dann sage ich doch. Ich habe bloß keine Ahnung. What the fuck? Ich glaube, ich gehe gleich zum McDonald's. Weiß nicht. Ich habe irgendwie Bock jetzt auf McDonald's. Obwohl es immer so teuer ist. Ich meine, mit dem Geld könnte man sich was anderes machen. Oh, Leute. Das ist doch hier. Geht doch. Mein Gott. Ist das schwer. So, eine Platte brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Das hat sich hervorgelohnt. Danke, dass das abgeschlossen war. Das andere besser. Next. Los, schau mir ab. Warte. Äh. Nein, nicht weggehen. Bitch. Bleib stehen. Damit ich dich weiter treffen kann. Ach, was soll's. Was? Auch Experte? Wie kann man dann sowas abschließen? Und wieso gibt es da ein Schloss? Haben die einen Schlüssel, die Twemer? Sehr seltsam. So. Wenigstens ist die Truhe nicht abgeschlossen. Es würde mehr Sinn geben, aber... Was weiß. Was weiß ich. Leichter Schutz. Ich glaube, den habe ich schon. Den Pelzhemmel werde ich mir jetzt mal nicht holen. Das auch nicht. So. Ich werde so ein schwerer Rüstung-Macker, der alle fertig macht. Na, du Hetzer. Der hetzt einfach. Voll der Hetzer. Hetzer's gonna... Hey, hetz! Was? Moin! Nö. Seelensteine müssen groß sein, sonst lohnt es sich nicht. Bist du noch da? Kuckuck! Kuckuck! Nicht der klügste Meister. Ich habe mich nicht mal geduckt, deshalb gab es auch keinen kritischen Schaden. Ach, ich Idiot. Ist egal. Der war dumm genug. Oh, der Meister. Soll ich ins Wasser springen, oder? Irgendwo müssen wir die... Ah, da bin ich ins Wasser gefallen. Das ist ja jetzt ärgerlich. Ah, nicht so wichtig. Und sehr laut immer noch. Obwohl man es eigentlich nicht hören sollte. Der Schalter wird nicht mit Energie versorgt. Eh. Irgendwo bleibt es hängen. Okay. Wo bleibt es hängen? Hier ist eine Truhe. Oh, das ist ja interessant. Ich muss jetzt irgendwie mit Energie versorgen. Da. Totenschädel entfernen. Ah, cool. Das ist cool. Das ist eine lustige Idee. Hä? Andere Seite auch? Oh. Das ist jetzt nicht mehr so lustig. Jetzt ist auf beiden Seiten das gleiche Problem. Die menschliche Wirbelsäule. Wer kennt das nicht? Die menschliche Wirbelsäule ist immer nur im Weg. Du kannst dich immer voll schlecht bewegen wegen der Wirbelsäule. Ohne Wirbelsäule könntest du Autofillation machen. Aber so. Was? Immer noch nicht. Links ist noch irgendwo noch was nicht. hier drin. Äh, okay. Bisher bewegt sich alles. Okay, dann habe ich von der falschen Seite wahrscheinlich geguckt. Hä? Irgendwo hängt noch was im Weg, aber ich sehe es nicht. Andere Seite vielleicht? Unter Wasser. Ah. Ah. Dafür haben sie das Wasser gemacht. Ah. Ah. Oh, fuck. Wirklich? Mit einmal? Das war ein Meisterroboter. Aber okay. Haben wir es geschafft. Der hat hoffentlich den Schlüssel. Breitbeinig hier wieder. Boah. Ein Diamant, ein Rad, ein Hebel, mächtiger Seelenstein und Öl. Immer noch nicht. Stattet die Krankheitsresistenz um 100. Akai. Der wollte in die Richtung gehen. Warum? Wollte er uns helfen eigentlich? Ich habe ihn getötet. Naja. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche einen Schlüssel. Au. Katrina? Ist die böse? Böse? Weiß nicht. Katrina? Oh nein, die. Habe ich die nicht öfter getroffen? Oh nein. Oder warst du immer tot? Ich glaube nicht. Das ist der letzte, oder? Es ist höchste Zeit. Ah, ich erinnere mich. Okay. Sie ist sehr interessiert an dem Geist. Tschüss, Katrina. Okay. Da. Drämmermetal. Ich glaube, das muss ich mitnehmen. Okay. Äh. Schlüssel? Na komm. Da gucken wir doch mal nach. Nein, Kreisel. Dammit. Gib mir einen Schlüssel. Ich habe ganz vergessen, dass wir Katrina ja helfen, äh, diese, diese Sachen zusammenzustellen. Wow. Okay, da müssen wir jetzt mal gucken. Wo. Da. Na knacken, babbelgegne, Katrina ein Geister aufsuchen hat, damit ich schnell wieder helfen. Wir suchen nach Eingang der Schmiede. Schon gefunden Gut, dass ich diese Karte habe, die mir immer alles anzeigt, was ich suche Zwergenmechanismus Dir fehlt der notwendige Gegenstand Hebe vielleicht? Oder ein Dynamo Ich denke mal ein Hebel Dann gehen wir nochmal gleich zurück Und holen uns so ein Hebel Ein Zahnrad und ein Hebel So Die sagen uns ja nicht, was fehlt Also nehmen wir doch mal alles Ha Hier geht's hoch Was fehlt mir denn? Auf jeden Fall fehlt mir ein Schlüssel Bücher Frostresistenz Hm Zwergenöl hab ich Einen Balken glaube ich brauche ich nicht Einen Kreisel vielleicht Muss ich später hier wieder zurück und den einsetzen? Wahrscheinlich Seltsam, dass ich den genau die letzte gefunden habe Was ist mit meinem Schlüssel? Mano Ach scheiß drauf 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 Und sonst weiß ich ja, wo wir nochmal hin müssen Oder? Ich weiß nicht, ob ich es mir merke Äh Könnt mir ja nochmal Bescheid sagen So Nein Da Okay Jetzt können wir mal wieder runter Das ist schön Nur trotzdem War das nicht geplant Ah Ralt 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 Ach was soll's Los Wir müssen nach unten Wir müssen genorden Wahrscheinlich haben wir den Schlüssel am Anfang verpasst Oder so Ich bin so sauer Ich will nicht wieder zurück Ach Okay Ich guck einmal kurz nach Und danach sehen wir uns wieder Hier So Ich hab nichts gefunden Nein Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Und daher hab ich mir gedacht Dann geh ich wieder raus Ich hab doch Ich hab noch was gefunden Eine Truhe Mit Geld Und so Aber who cares Ich hab dann nochmal geladen Weil Die Truhe bin mir jetzt nicht so wichtig Ähm Weiß nicht War einfach eine versteckte Truhe Die ich vorher vergessen hab Also so gesehen War doch noch da Etwas da Nur Halt nicht so wichtig Ja scheinbar sollte man anders laufen War eigentlich auch egal Hä Ja ja gleich Hä What the fuck Hier gibt's noch Hier gibt's noch weiter Hier ist noch einer Das finde ich jetzt seltsam Naja was soll's Das war noch eine Höhle Aber Irgendwie ist mein 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 Die Platzierung ist verschwunden Da Aber das ist auch gleichzeitig Der Ort Also so gesehen Oh das sind zwei nebeneinander Na welcher wird schneller Größer Oder Eher größer Hier kann ich aber irgendwie Oh mein Gott Das sind vier Vier Sachen zu entdecken Ähm Fünf Ja Ja Da weiß ich jetzt nicht Wo ich anfangen soll Hm Wird es da unten mal wieder Wir müssen da rüber Auf jeden Fall Hallo Wo ist Kato Kato wird schon erscheinen gleich Wo 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 Wenn einem langweilig ist Ne Menschen Äh Singen ja auch Wenn sie Wenn ihnen langweilig ist Also so gesehen Man bellt da halt Auch wenn Hunde einfach nerven Oh Lassen wir die Spielchen Nein Wo ist Kato Ich sehe gerade nicht Doch dass ich etwas gehört habe Ist das aber eine Überraschung Oh Ah da oben Kann mal stehen Hui Das bin die Bus Ja Eigentlich warte ich nur Boah Nervt der Hund Wo ist Kato Ich warte eigentlich nur auf Kato Also muss ich Gleich mal gucken Och Hund Eieieieiei Kann man nur so nerven Okay alles wird gut Äh Ja Die meiste der Teile Hätte ich vielleicht ja Öffnen können Mit extra Sachen Ich dabei habe Aber das muss ich dann später machen Wenn Sobald Ich Oh Dieser dumme Hund Oh mein Gott Kann doch nicht irgendjemand Oh mein Gott Entschuldigung Das war knapp Äh Einfach nur Aus Reaktion Gezogen Das tut mir leid Eigentlich suchen wir einen Eingang jetzt Hier ist eine Falle losgegangen Hier noch nicht Hier auch noch nicht Aber hier geht es hoch Also Schon mal ganz gut Und diesmal sind wir auch scheinbar Den richtigen Weg Oh Den richtigen Weg gegangen Oh ein Stuhl Egal